Okay Freunde, Zeit für ein neues Video. Ich befinde mich hier in Schleswig-Holstein in Norddeutschland. Einer ist natürlich Käse. Ich befinde mich hier in Ödes-Hölk, in Oeninge, in einer kleinen Stadt am Rande von Ödes-Hölk am Wetternsee. Das ist der langgezogene, kleinere von beiden großen Seen. Naja, fast schon Mittel-Schweden kann man sagen. Ja, ich bin jetzt am See. Ich werde heute 70 Kilometer raden. Ich kann irgendwie in Schweden sagen. Ich werde da dann auch Nachtquartier beziehen. Ja, meine Seelandschaft hier ist der Hammer. Guck euch jetzt Blumen an. Ich würde jetzt mal sagen, das ist Mohnblumen. Man möge mich verbessern, wenn es falsch ist. Und wenn man sowas sieht, dann stellt man auch fest, dass einer es total flasht und dass man eigentlich gar keine Drogen braucht, wenn man sowas hat und sich sowas anguckt. Und dann am besten ohne verspielte Brille und pur und light und in Farbe. Ich kann euch nur empfehlen auch. Fahrt Fahrrad, macht Sport und schaut euch sowas dann einfach an und lasst es auf euch werken. Also ich könnte hier auch noch wahrscheinlich zwei Stunden stehen und diese Farbenpracht auf mich wirken lassen oder auf mich knallen lassen. Aber davon komme ich dann auch nicht weiter. Aber ist das nicht geil? Ich höre euch das an. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.